Mit einem besonders breit gefächerten Maschinenportfolio lässt grob keine Wünsche offen. Ob universal oder systemmaschine, vier- oder fünfachsig oder die eigens entwickelten Automationslösungen, Maschinen im Standalone-Betrieb oder als Turnkey-Anlage. Uns ist bewusst, dass Sie vielleicht gar nicht die große Anzahl an unterschiedlichen Maschinenmodellen benötigen, sondern nur die richtige Maschine für Ihre Aufgabe. Mit dem Center of Excellence hat grob hier nun einen neuen Grundstein für die Zukunft gelegt. Sie werden sich nun fragen, was steckt denn eigentlich hinter diesem Center of Excellence? Grob hat hier abteilungs- und standortübergreifend Experten-Teams aufgebaut, welche sich mit den branchenüblichen Regularien, Anforderungen und ihren Kundenwünschen auskennen. Neben der langjährigen Erfahrung im Automobilbereich, umfasst die Strategie der Center of Excellence folgende Bereiche. Aerospace, Medical, Mold and Die oder Automation. Entlang der horizontalen Wertschöpfungskette erarbeiten wir für die Bauteile, wie zum Beispiel einer Turbinenbliss, die richtige Frästrategie, welche mit der optimalen Programmierung und Simulation vor der tatsächlichen Bearbeitung auf der Maschine einhergehen. Dadurch können wir wirklich Zeit einsparen und bereits beim Bearbeiten des ersten Werkstücks ein gutes Ergebnis erzielen. Im Medizinbereich, der stark von den unterschiedlichen Regularien getriebenen Branche, können wir Ihnen optimal mit unserer GroupNet for Industry die Dokumentationsarbeit abnehmen und diese über eine standardisierte digitale Schnittstelle zur Verfügung stellen. Der Formenbau zeichnet sich üblicherweise darin aus, clevere Lösungen in den einzelnen Farbbereichen, die die Toleranzklassen am Bergstück definieren, an der Maschine abzubilden. Dazu ist spezifisches und langjähriges Bearbeitungswissen notwendig, welches wir mit unserer Anwendungstechnik mitbringen. Für alle Lösungen ergänzt unser breit aufgestelltes Experten-Team im Bereich Automation alle Anwendungsbereiche. Dadurch erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Automationskonzepte aus einer Hand. Im Showroom können wir eine Vielzahl an Automationslösungen live vorführen und im Detail erklären. Durch unsere Experten aus dem Center of Excellence sind Sie mit Ihren Anliegen bei grob bestens aufgehoben. Zögern Sie nicht und fordern Sie uns mit Ihren spannenden Aufgaben heraus. Untertitelung des ZDF, 2020